Das Riesenspielzeug Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt. Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragst nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor. Er ging sich sonderwartung und spielend vor dem Tor und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein. Mit wenigen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, erreichte gegen Hasslach das Land der Menschen bald, und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld erschien in ihren Augen gar eine fremde Welt. Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, bemerkt sie einen Bauern, der seinen Acker baut. Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, es glitzert in der Sonne der Pflug, so blank und klar. Ei, artig Spielding, ruft sie, das nehm ich mit nach Haus. Sie kniert nieder, spreitet, behennt ihr Tüchlein aus und feget mit den Händen, was da sich alles regt, zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt. Und eilt mit freudigen Sprüngen, man weiß, wie Kinder sind, zur Burg hinan und suchet den Vater aufgeschwind. Ei, Vater, lieber Vater, ein Spielding, wunderschön, so allerliebstes sah ich noch nie auf unseren Höhen. Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein. Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlein, was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden, lass sehen, was es sei. Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann. Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, so klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht, Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug, nicht. Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin. Der Bauer ist kein Spielzeug. Was kommt dir in den Sinn? Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot. Denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor. Der Bauer ist kein Spielzeug. Da sei uns Gott davor. Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt. Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Und fragst du nach den Riesen? Du findest sie nicht mehr. 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 Untertitelung. BR 2018